Wie kann ich mit GKB Joya 3a für meine Zukunft vorsorgen? Das geht ganz einfach und schnell. Also fast. App downloaden, mit dem GKB E-Banking-Vertrag einloggen, Anlagestrategie und Ziel bestimmen. Fertig. Meine Säule 3a ist eingerichtet. Jetzt startet meine Vorsorge mit GKB Joya 3a. Und mit Vorfreude auf meine beste Zukunft. Abschluss.